So, herzlich willkommen. Nachdem wir gestern Rockermusch aufgezogen haben, kommt heute der kurze Quickie mit Alka-Scharz und Heldenumschulung. Also kein langes Video, ein kurzes. Wir gucken mal rein und schauen, ob wir uns eventuell über zwei bis zwölf Wappenröcke freuen können. Wir sehen, vielleicht ist hier was mit bei. Bei zweimal kombinieren und einmal seltenes Aufstiegsmaterial könnte das ja aufgehen mit zwölf. So und Trommelwirbel. Es sind Handschuhe geworden. Also passend zum Rock gibt es jetzt einen Handschuh und dann kombinieren wir mal was denn da los hier? Wie doll und verrückt kombiniert. Ja, nee, Paladin. Nee, aber einen Arsch voll. Babar. Ja, natürlich ja immer, wa? Den nehmbar. Und nochmal. Wieder kein Wappenröcke. Was denn da los? Und schon wieder Babar. Von denen habe ich auch einen Arsch voll. Keine Helden dafür. Dann nehmen wir das. Okay, 60 Barbaren Wappen. Das kann man mal machen. Achso, ja. Und dann wollte ich zeigen. Hier, Phyllis Fock. Ich habe schon mal ein bisschen losgelegt. Also auch jetzt nicht. Also eine Fleischkiste, das ist heilig. Das mache ich erst auf, wenn es um Wappen geht oder so. Also vorher nicht. So, also der ist schon ein bisschen gestiegen. Also ist nicht so, dass wir auch irgendwie nichts im Angebotchen hätten. Ja, das sind hier so meine Ausbildungslager, wo ich immer so rausgreife. Also sind doch nur irgendwie Zweier drin. Und da irgendwie Zweier. Hier haben wir irgendwie 352. Das hat ganz schön abgenommen. Da waren irgendwie 600, 700 drin. Aber Olle Fock, äh, ja. Möchte doch das ein oder andere haben. Und hier ist aber halt ein bisschen noch Alarm. 2800. Ich glaube, ich bin heute gestartet irgendwie mit 3100. Fertige. Von daher, es ist ja was da, ne. Aber ein bisschen Piano und nicht durchdrehen. So, und jetzt gucken wir mal, was uns diese wahnsinnige Helden-Akademie bringt. Ach, ich hätte gern ein Kostüm. Ja. Vielleicht eins, was ich noch nicht habe. Also der Baum, der kann zum Beispiel wegbleiben, ne. Kadilen. Das würde ich schön finden. Auch wenn ich gerade bei Fock am Leveln bin. Aber sagt Werbert. Na, wir schauen mal, ja. Kommt wahrscheinlich ein Baum. Ne, ein Dorn. Naja. Letztes Mal habe ich mich ja noch drüber gefreut. Da hatte ich ihn noch nicht. Aber das Spiel hat vergessen, dass ich ja letztes Mal ihn noch nicht hatte und bekommen habe. Also Asler rein, Dorn raus. Dann geht Dorn also auch wieder rein. Vor allem hätte ich ja wenigstens mal Kostüm springen lassen können, ja. Ist ja in Ordnung gewesen, oder? Tja. So, sieben Tage geht es also wieder los. Und dann sehen wir uns in sieben Tagen dazu wieder. Das war's mit dem Quickie. Haltet durch. Macht nichts zu doll. Hoho. Und bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Macht's gut.